Einen schönen guten Tag, hier ist mein Name Nessi. Ja, heute würde ich mal ein Infovideo machen. Ja, erst mal was Neues, was Schönes. Ich mache den nächsten neue Let's Play Serie. Es heißt Landschaft Simulator 15. Ja, und es wird immer zu circa Dienstag und Donnerstag auf meinen Kanal kommen. Ja, und Dracra Simulator 2 kommt auch wieder zurück und kommt, ja, und jetzt alles klappen tut, kommt morgen wieder zurück und Mittwoch und Freitag. Aber erst mal gucken, wie ich es alles noch schaffen tue. Ja, morgen fängt ja wieder die Arbeit wieder an bei mir. Und da hat ein bisschen weniger Zeit. Gut, ich habe ja elf Tage frei gehabt und hier. Da habe ich einfach keine Lust gehabt. Ganz ehrlich. Und, jo, ne, einfach nicht geschafft habe, viel zu tun gehabt habe. Weihnachtsvorbereitungen und Silvester hier. und es war ganze Menge zu tun. Aber wir haben ja eigentlich schon ruhig behalten. Okay, ich habe ja schon Landschaft Simulator schon gespielt und die ganze Weile. Ja, es macht so einen Spaß, das alles zu machen und ernst meint, also einzustellen. Ich habe mir gedacht, oh, das war so nicht, aber Gott, das ist so einfach. Ich habe gedacht, jo, das ist wirklich einfach. War mir am Anfang ein bisschen schwierig und, jo, aber hab alles geschafft. Gut, dann muss ich mir noch so und so und so und so für mein Let's Play. Da kann man ja Spiele einspeichern. Und irgendwo muss ich denn meine Let's Play Sachen nehmen. Jupp. Und mein Normal-Spiel, von ich immer spielen wollte. Ja. Okay, Leute. Dann machen wir ja mal Schluss für heute. Und Okay, mach erst mal. Jo, ich sag erst mal Tschüss. Und ja, klopfen ist meine Taster, äh, meine Mouth. Ich wüsste nicht, es ist mir eine blöde Angewohnheit von mir, immer so rumkloppen. Okay, jetzt ist wirklich Schluss. Und dann sag ich erst mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Gut. Ciao, ciao.